Zurück in deiner Welt. Du spürst deine Ruhe. Du spürst deine neue Kraft. Stein, Schere, Papier mit Cem, Cem und Cem. Chinle-Formation. Arizona vor 220 Mal. Späte Trias. Wie weit du jetzt bereits durch die Zeit gereist bist. Inzwischen bist du ja echt schon ein Traumreiseprofi. Und was hast du dabei für tolle Abenteuer erlebt. Du bist einmal rund um den ganzen Planeten gereist. Hast auf so vielen Kontinenten, in so vielen verschiedenen Zeitaltern ein Abenteuer erlebt. Und du hast dort so viele neue Freunde kennengelernt. Aber bevor du nun auf alle deine Erlebnisse zurückblickst, lass uns noch eine letzte Reise unternehmen. Denn ein Abenteuer fehlt noch. Und das möchtest du dir bestimmt nicht entgehen lassen, oder? Als Traumreiseprofi weisst du ja nun, was zu tun ist. Entspann dich. Mach es dir so bequem, wie du kannst. Auf deinem Lieblingssofa, in deinem Bett oder einem bequemen Sessel. Völlig egal. Hauptsache ist, du bist an einem Ort, an dem du zur Ruhe kommen kannst. Achte wieder auf deinen Atem. Spüre, wie die Luft in deine Lungen strömt, wenn du einatmest. Und wie du sie wieder ausbläst, wenn du ausatmest. Dein Körper kommt zur Ruhe. Du fühlst dich mit jedem Atemzug leichter.